Mit die häufigste Ausfallursache für Turbolader ist Ölmangel. Was da alles passieren kann, darauf gehen wir jetzt mal ein. Wie ihr aus vielen anderen Videos von uns wisst, ist beim Turboladeröl eins der essentiellen Punkte. Dort laufen die ganzen Wellen, die da drin liegen, oder eigentlich die Welle und das Lager drumherum. Also alles, was rund ist und sich dreht, läuft in einem Ölfilm oder wird durch einen Ölfilm geschmiert. Und sozusagen kann man sagen, man spricht von hydrodynamischen Lagern. Das heißt, die Bauteile schwimmen in dem Öl. Das Öl ist der essentielle Part, damit sich alles schön sauber drehen kann. Habe ich nur einen Ölmangel, ist logischerweise dieser essentielle Part weg und der Turbolader kann nicht mehr so schön geschmeidig drehen. Es ist einfach gesagt so, dass dann Metall auf Metall schleift und jeder kann sich vorstellen, Metall auf Metall ist grundsätzlich nicht gut, ohne die entsprechende Schmierung und führt zu Schäden. In der Regel sind das schleichende Schäden, weil zum Beispiel eine Ölzulaufleitung sich ein bisschen zusetzt, der Turbolader dann so nach und nach die Schmierung verliert und dann irgendwann merkt man, okay, es wird Öl verbrannt, der Turbolader macht Geräusche etc. und geht dann zu uns für eine Instandsetzung. In dem Fall hier, den ich jetzt mal hier habe, haben wir einen ganz extremen Fall. Hier scheint es so, als wenn das Öl komplett weg war. Das heißt, ich würde mal sagen, die Ölpumpe hat versagt oder es war wirklich ein kompletter Verschluss der Ölzulaufleitung vorhanden. Das kann man jetzt nicht so ganz genau sagen, nur vom Schadensbild her sieht man, das Öl war komplett nicht mehr da. Was ist passiert? Man sieht logischerweise, wie ich es gerade beschrieben habe, die Welle, das ist jetzt hier unsere Abgaswelle mit dem Verdichterrad dran, so sieht das Ganze aus, läuft in dem Lager. Und wie man hier wunderschön erkennen kann an den Riefen, die hier drin sind, hat sich das Lager praktisch hier reingefressen. Die ganze Goldverfärbung, also diese Messingverfärbung kommt durch das Lager. Das heißt, es wurde Material vom Lager auf der Welle aufgetragen. Man kann sich vorstellen, dass das wirklich extreme Bedingungen sind, extreme Hitze dabei entsteht. Wir reden ja hier von Drehzahlen von mindestens über 100.000 Umdrehungen pro Minute. Und da schleift sich dann das Material so richtig schön aufeinander ein. Zudem ist es dazu gekommen, dass das Lager, das Radiallager hier in dem Moment so stark geschliffen hat, ich würde mal sagen, es war ungefähr so rum auf der Welle drauf, dass es sogar blockiert ist und auseinandergebrochen ist. Das heißt, es ist abgerissen. So wäre es eigentlich im Insgesamten. Und es hat sich hier komplett getrennt, weil die Kräfte und die Temperaturen einfach viel zu stark waren. Dadurch, dass sich das Lager nun abgeschliffen hat, ist es so, dass die Welle, die ja normalerweise perfekt glatt in diesem Lager drin liegt, jetzt anfängt zu wackeln. Und da wir auf Frischluft- und auf Abgasseite entsprechend kleine Spaltmaße haben, haben hier die Räder die Gehäuse berührt. Man sieht das wunderschön hier am Verdichtergehäuse, wie das lang geschliffen hat. Man sieht es, Entschuldigung, am Verdichterrad. Man sieht es hier im Gehäuse, sieht man wunderbar diese Schleifspuren. Und man sieht halt hier am Verdichterrad, wie sich die Flügel schon weggeschmörgelt haben. Also ganz klassisch, wenn man, ich sage jetzt mal, mit einer Pfeile nur in eine Richtung schleift oder pfeilt, dann kommt das Gleiche zustande, wie man es hier sieht. Ist halt komplett beschädigt, kann nicht mehr weiterverwendet werden. Das Verdichtergehäuse würden wir so auch nicht weiterverwenden. Könnte man vielleicht polieren oder irgendwas, aber würden wir jetzt hier in dem Fall auch nicht mehr machen. Und die Abgaswelle, genau das Gleiche, hat hier auch wunderbar durch zu wenig Spalt geschliffen. Man sieht es hier an der glänzenden Verfärbung. Sonst ist die Welle durch den Ruß und so relativ schwarz. Hier glänzt sie und wenn man genau hinguckt, sieht man auch die Riefen da drin. Und das Gleiche kann man hier auch im Abgasgehäuse selber erkennen. Im Groben und Ganzen würde ich mal sagen, total Schaden. Es ist, jetzt sehe ich ganz schön dreckig aus. Es ist unterm Strich so, dass ein leichter Ölmangel zu einem leichten Schaden führt und ein starker Ölmangel zum starken Schaden führt. So kann man es erstmal prinzipiell ganz einfach sagen. Worauf ihr achten solltet, ist jegliches Signal dahin. Das heißt, Öl aus dem Auspuff. Bei DPF, OPF ist es ein bisschen schwieriger, den Öl, also den Ruß zu erkennen. Aber man sollte halt darauf achten. Wenn es aus dem Auspuff qualmt, da stimmt irgendwas nicht. Wenn sich Geräusche bilden, stimmt irgendwas nicht. Und ihr könnt auch den klassischen Lagerspiel-Test machen. Nur das ist ohne Erfahrung ziemlich schwer zu sagen, wie viel Spiel die Welle haben darf. Da fässt man dann vorne am Verdichterrad an und wackelt ein bisschen hin und her. Wenn sich das wirklich richtig bewegen lässt, dann ist es zu spät. Eine ganz leichte Bewegung kann da sein. Aber es ist natürlich super schwer zu sagen, wie messe ich das jetzt exakt. Aber Geräuschbildung und Ölverbrennen sind auf jeden Fall Signale dafür, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und bitte denkt daran, beim Wechsel des Turboladers auch eine neue Ölleitung zu verwenden oder neue Ölleitungen zu verwenden, um nicht das gleiche Schadensbild wieder bei einem neuen oder von uns revidierten Turbolader zu haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Wir sehen uns beim nächsten Video.